Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Golf Super Rush. Was für eine angenehme Melodie, oder? Hört mal hin. Richtig chillig. Richtig nice. Okay, wir machen aber weiter mit der Story. Spiele eine Runde Crossroute Golf. Im letzten Part haben wir ein bisschen geübt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Möchtest du dich für eine Crossroute Golf Übungsrunde oder eine Standardrunde Crossroute Golf anmelden? Standardrunde. Und fertig ist die Anmeldung. Gut, dann marschier einfach zur Schranke. Von dort geht's rüber auf den Platz. Haha, ich musste gar nicht lachen. Beim Crossroute Golf kommst du besonders auf Tempo an. Darum sollte man wenige Schläge mit sich führen. Ich meinte Schläger. Kannst du nicht lesen oder was? Sorry. Wir empfehlen Spielern nie mehr als sieben Schläger mit auf den Platz zu nehmen. Möchtest du deine Ausrüstung anpassen? Nein, bud. Beim Crossroute... Hahaha. Beim Crossroute Golf hat man nur Chancen, wenn man sich nicht mit zu vielen Schlägern überlastet. Was war das denn? Sonst ist man zu langsam, als ob das Spiel sagen würde, Kancha, du hast einen Vogel. Guck, guck. Glaub mir, ich kenn mich aus. Oder glaub dem blauen Toad neben mir. Der kennt sich auch aus und sagt dasselbe. Hahaha. Hahaha. Du bist doch selbst blau. Wie schlau bist du nicht, ey. Was willst du denn, ey? Warum bist du motiviert, Mann? Ich hab grad keine Lust, mit dir zu reden. Okay, Leute. Ich freu mich schon. Ich freu mich schon. Prüfe. Abzeichen. Chromabzeichen erkannt. Anmeldung zu einer Crossroute Standardrunde verifiziert. Sie dürfen eine Crossroute Golf Standardrunde über drei Löcher spielen. Gehen Sie diese in BD-Bagger Reihenfolge an. Ihnen stehen maximal 30 Schläge zur Verfügung. Bitte schlagen Sie jeweils vor Ablauf des Timers, sonst wird Ihnen ein Strafschlag angerechnet. Nicht vergessen, nach dem Einlauchen geht das Spiel am nächstliegenden Abschlag weiter. Planen Sie Ihren Weg genau. Manchmal muss ich einfach nur lachen, wenn ich etwas vorlese. Möchtest du mehr über Schläge mit Spin erfahren, ehe du zu einer Standardrunde Crossroute Golf antrittst? Warum nicht? Mit Topspin gespielte Bälle rollen nach dem Landen weiter, wodurch du den Ball effektiv noch länger spielen kannst. Drücke beim Bestimmen der Schlagkraft zweimal nach rechts, weißt du, um die Rollstrecke des Balls durch Topspin zu erhöhen. Ey. Mit Backspin gespielte Bälle und so, ne? Rollen nach dem Landen weniger weit. Drücke beim Bestimmen der Schlagkraft nach unten, weißt du, damit der Ball Backspin erhält und er zum Legen kommt. Drücke beim Bestimmen der Schlagkraft zweimal nach unten, um Super Backspin zu geben. So hält der Ball fast sofort an. Ich hab gar nichts verstanden, man. Haha. Egal. Ich spiele einfach und irgendwie werde ich schon eine passende Lösung finden. Tipps Bunker? Ich lese das nicht vor, weil? Deswegen. Gut. Beim Crossroute Golf hast du zwei Minuten Zeit, um zu schlagen und dann deinen Ball zu erreichen. Gelingt dir das nicht, erhältst du einen Strafschlag. Wird schon Bock auf Suisse. Okay, mal gucken, ob ich das Ganze hier verstanden habe. Bewege R nach links und rechts, um andere Flaggen anzubisieren. Ah, okay. Gut zu wissen. Bam, Junge. So. Spin, spin. Äh, ich meine Sprinte. Oh, ich wollte die Münzen mitnehmen. Was soll das? Oh, diese Möchtegern-Kleinen-Steins sind ebenfalls hier vorhanden. Aber in Super Mario 3D World lege ich mich sehr gerne mit diesen Kollegen an. So, da ist der Ballmann, da ist der Ballmann. In der Sandgrube. Warte mal. Hm. Das könnte was werden. Oh, ich dachte, dass ich den Gegner treffe. Und fast ist das wirklich passiert, Junge. Voll heftig. Sprinte, 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 Münzen, Münzen, Münzen. Ich brauche Münzen, Mann. Ich muss später einkaufen. Egal, egal, egal. Hm. Ah, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich Idiot. Was habe ich angestellt? Oh, nein. Bleib stehen, Mann. Bleib stehen. Kann man den Ball nicht irgendwie aufhalten? Ne, das ist ein Unfall, weißt du. Das könnte knapp werden. Was ist das denn für eine Einschätzung? Das war ja nicht mal knapp, Mann. So, jetzt geh rein. Wie, du gehst da nicht rein. Hallo? Okay, gut. Ich habe noch 25 Schläge über. Gut. Shark 6. Oh, never ever. Darauf habe ich sowas von keinem Bock. Oh, nee. Lass mal gut sein. Gibt es hier nicht irgendwie so eine Abkürzung nach hinten und so? Ey, warte mal. Nee. Das wäre zu heftig. Oh, nee. Ich habe sowas von keinem Bock drauf. Ah, ich sollte mal spielen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Hier. Hoch, hoch. Bleib stehen. Oh, egal. Immerhin etwas. Oh, komm schon. Geht das noch? Hoch mit dir. Oh, mein Gott. Ach, verdammt. Das war so knabbi. Die knapp. Ja, jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich den Salat. Ich weiß nicht mehr weiter. Na toll. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich hier raus, Mann? Oh, das regt mich voll auf. Okay, ich habe eine Idee. Oh. Weiß nicht. Ist das klug? Oho. Oho. Ja, der Ball ist oben, Junge. Jawohl. Nein, er fällt wieder runter. Das gibt es doch nicht. Wobei, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Och, na toll. Guck mal, wo der Ball liegt, ey. Warte mal. Das geht doch gar nicht. Äh. Wie, sag mal. Diese Stelle mag ich einfach nicht. Wie soll ich denn hier rauskommen? Das checke ich einfach nicht. Was habe ich gemacht? Nein. Was? Der Ball ist wieder zurück? Ey, das ist doch richtig dreckig. Ey, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Was mache ich denn jetzt? Ey, ich check das wirklich nicht. Wie komme ich denn da oben an, Mann? Nochmal. Ah. Komm jetzt. Oh, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück. Oh mein Gott. Oh nein, der ist wieder zurückgekommen. Lacht doch nicht so, ey. Hä? Hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich check einfach nicht, was ich mache. Wo ist jetzt mein Ball hin? Wo ist denn mein Ball hin? Du willst mir nicht sagen, dass er jetzt wieder hier ist. Der ist original hier? Ey, ich habe... Ich check das einfach nicht. Ich muss hier einfach nur raus. Ja, wo ist jetzt der Ball? Ja, um einen Spezial-Sprint auszuführen. Kann man hier rein? Ey, ich check das einfach nicht. Das regt mich gerade mega auf. Check ich einfach nicht. Mein Ball ist wieder zurück. Okay, dann mache ich folgendes. Ich... Kriege das einfach nicht hin, dass der Ball da oben irgendwo landet. Und dann mache ich folgendes. Ich gehe wieder zurück. Oh, nach links, ey. Ey, ich meine nach rechts. Na toll. So, Hauptsache raus hier. Okay. Ey, das ist doch richtig dirty. Das geht mir übertrieben auf die Nerven. Durch volle Rundermone ist gefährlich und so. Aber jetzt kann ich die Münzen wenigstens einsammeln. Mann, Junge. Da oben ist das Ziel. Ich will da jetzt hoch. Verstehst du das? Das ist mir egal. Die kommen jetzt da ran. Bleib stehen, Mann. Jetzt komm, gib ihm. Ey, das ist doch richtig dreckig. Diese Stelle hier hat alles kaputt gemacht. Oh nein. Habt ihr gesehen, wo der Ball war? Ey. Das geht so nicht mehr. Was ist, wenn ich so einen leichten Schlag wage? Ein auf den hier. Okay. Ey, Mann, ey. Wie... Das gibt's nicht. Ich komm einfach nicht auf die andere Seite. Egal, was ich mache. Ey, ey, ich... Das regt mich übertrieben auf, Leute. Weiß nicht, ob man mir das heraushören kann. Jetzt geh hoch, Mann! Ey, das ist so... Guck mal, wo er hinfällt. Er hinfliegt. Ach, verdrück dich. Verdrück dich einfach. Du bist so ein Nix-Nutz. Blöder Golfball. Was soll ich denn jetzt da hinten? Mülliger Part. So ein richtiger mülliger Part. Hoch jetzt. Mach keine Faxen, Junge. Hoch. Einfach hoch. 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 Boah. Boah. Ha. Es hat hingehauen. Jawohl. Das war voll einfach. So spielig war das nicht. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Bitte. Ey, das gibt's doch nicht. Ach so, man kann... ... einfach mal springen. Um hier klarzukommen. Boah. Eindlich. Oh, ich hab noch... Ja, ich hab noch genug Zeit. Ich mach mir erstmal ein paar Münzen klar und das Herz. Das war ja richtig nervig, liebe Leute. Ich saß euch. Eins, zwei. Das war ja richtig nervig. Drei Löcher. Gut. So wie es aussieht, kann man das noch hinkriegen. Oh. Bleib doch stehen. Hallo. Na toll, noch ein Schlag weg. Oh, jetzt musst du aber treffen, Junge. Ich brauch jetzt jeden Schlag. Geh rein. Oh, never ever. Was? Das ist so windig hier. Nein. Sehr schön. Okay. Okay, jetzt gib dein Bestes. Ach, verdammt. Lauf, 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 lauf. Lauf, was das Zeug hält. Lauf, 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 lauf. Verzichte auf die Münzen. Wobei, ist hier ein Herz? Ah, egal. Dann nehme ich doch die Münzen mit. Ja. Um entschieden auf die schnelle Welle. Ja, ja, ja. Oh, Mann, jetzt Sprinte. Ich brauche Power. Ich brauche Power. Wo ist mein Ball? Da, wo ist mein Ball? Hallo. Hä? Hallo? Ich vermisse meinen Ball. Warte mal, da hinten. Nein, der ist nicht runtergefallen. Hör auf, du legst mich doch rein. Du legst mich gerade rein, oder? Ey, niemals im Leben. Der Ball ist da unten. Ey, das reicht langsam, wirklich. Was für eine Route ist das denn, bitteschön. Was für ein Spiel, der Crossroute Golf. Kann man sich hier irgendwie noch retten? Ich habe noch acht Schläge, ey. Das tut so weh, wenn ich daran denke. Schöner Schlag! Ja, super. Ja, super. Sehr, sehr gut. 313 Meter zum Grünen, aber da habe ich so einiges noch vor mir. Spring, spring, yeah, 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 yeah. So, da ist der Ball again. Boah, wie langsam der läuft, ne? Wegen den Schlägern. Okay. So, da ist das Ziel. Und ich habe ein Problem. Ich befinde mich in der Sandgrube. Ah, nein, verdammt. Ich hätte ein bisschen nach rechts drücken sollen. Ey, wehe, da ist Wasser. Wehe, da ist Water. Ich springe runter. Nichts passiert, Mann. Ich kann sowas ab, ja? Hm, da ist ein Herz. Ah, das Ziel ist nicht mehr allzu weit entfernt. Ja, ja, genau. Ja, das ist okay. Jetzt. Stopp. Ah, egal. So, sehr schön. Lauf los. Lauf, 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 lauf. Nimm das Herz mit, nimm das Herz mit. Und lauf los. Sehr schön. Go, go, go. Ach, ich dachte, da sind Herzen. Nee, nee. Bleib stehen. Wir wollen es nicht übertreiben. So, lauf, 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 lauf. Da ist Wasser. Okay. Okay, gut. Genshin Impact Style. Einfach runterfallen. Yeah. Uh. Hey. Yeah. Was geht? Ui. Okay. Ich habe noch vier Schläge. Bleib stehen. Nein, ich hätte vielleicht den anderen Schläger benutzen sollen. Ja. Nein, Topspin. Ich habe aus Versehen den Topspin eingesetzt. Wobei, gut. Gut, 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 gut. Oh, jetzt muss das hinhauen, doch. Das sind nur noch zwei Schläge. Oh mein Gott. Ja, bestanden, ne? Jawohl, aber sowas von. Ich habe auch nichts anderes erwartet, man. Flaggen drei. Münzen 1026. Cool, demnächst wird wieder eingekauft. Level 30. Da ist jemand ziemlich fleißig. Okay. Spin. Noch nicht. Ausdauer, ja. Okay, gut, nice. Das hätten wir dann auch. Tipps. Double Boogie. Double, Double Boogie. Nicht von schlechten Eltern, Kanscha. Du findest dich wirklich gut ins Crossroute Golf 1. Ziemlich turnierreif, wenn du mich fragst. Die Räumarbeiten gehen recht zügig voran. Wir sollten bald wieder Wettbewerber ausrichten können. In welcher Form auch immer. Schau doch mal vorbei und melde dich an, wenn es soweit ist. Okay, gut. Dann kümmern wir uns um diesen Spaß im nächsten Part. Fürs erste soll es gewesen sein. Ah, da kann man schon bei Toad ein Ausrufezeichen sehen. Um diese Angelegenheit kümmern wir uns dann hoffentlich im nächsten Part. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüssi, Leute.